Das Second Hand Kaufhaus mit Dienstleistungsangebot. Wir begrüßen Sie im Haus der tausend kleinen Dinge. Vom Schlüsselanhänger bis zur kompletten Wohnungseinrichtung. Wir präsentieren Ihnen ein abwechslungsreiches, preiswertes Sortiment. Die gut erhaltenen Möbel stammen aus Haushaltsauflösungen und Umzügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie hier wahre Schätze. Wir helfen Ihnen bei der Raumausstattung, übernehmen Kleintransporte und führen komplette Haushaltsauflösungen durch. Wir bieten alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Haus der tausend kleinen Dinge am Wippertor.